Mein Name ist Christian Buchmann, ich komme aus Österreich, einem österreichischen Bundesland, Steiermark und ich freue mich sehr, dass ich im Ausschuss der Regionen in Brüssel tätig sein kann, hier der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses bin und mitgestalten kann, wenn es um die Zukunft der Menschen in meiner Heimat, aber in ganz Europa geht. Die Frage ist immer, was macht eine Kommission im Ausschuss der Regionen und ich bin der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Ausschuss der Regionen. Wir beschäftigen uns mit der Wirtschaft, mit wirtschaftlichem Wachstum, damit Arbeitsplätzen, mit der Ausbildung auch von jungen Menschen, der dualen Ausbildung. Es geht um die Fragestellungen, wie können wir Europa reindustrialisieren, wie können wir zu Produkten und Dienstleistungen kommen, dass Wertschöpfung in Europa stattfindet, damit Arbeitsplätze abgesichert werden und neue geschaffen werden und welche Rahmenbedingungen brauchen die kleinen Unternehmern, die mittelgroßen und die großen Leitunternehmungen Europas, um erfolgreich in Europa, aber auf der ganzen Welt arbeiten zu können. Und das sind so Fragestellungen, die wir im Ausschuss der Regionen, insbesondere im Wirtschaftsausschuss bearbeiten. Die Frage ist immer, was sind die großen Herausforderungen der Zukunft? In meiner Kommission in Econ, dem Wirtschaftsausschuss, ist sicher die Frage, wie können wir zu wirtschaftlichem Wachstum kommen, wie können wir zu Wohlstandsmehrung kommen, durch welche Maßnahmen kann die Politik beitragen, dass sich Europa positiv entwickelt, dass die Menschen in Europa das Gefühl haben, hier gut und sicher leben zu können und was können wir an Impulsen setzen, damit wirtschaftliches Wachstum stattfinden. In meiner Heimat beschäftigen wir uns sehr mit der Fragestellung, wie können wir Innovation leben, serienmäßig leben, immer zu neuen Produkten, zu neuen Dienstleistungen, zu neuen Verfahrenstechnologien kommen, die den Menschen dienen, die aber auch Arbeit und Wertschöpfung in die Region bringen. Und wir tun das beim Thema der Innovation sehr, sehr intensiv. Wir forcieren die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, zwischen den Universitäten, den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, auch unseren Fachhochschulen mit der Wirtschaft und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Und wir verfolgen hier eben diese Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, weil wir glauben, dass damit viel an Wertschöpfung in den Regionen entstehen kann, damit Arbeit abgesichert werden kann und hoffentlich auch viele neue Arbeitsplätze entstehen können. Ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, in Europa zwar zu Hause zu sein, aber dass die europäischen Institutionen noch nicht in den Herzen der Menschen angekommen sind. Und Europa ist für mich ein Friedensprojekt, aber es ist auch ein Projekt, wo es darum geht, näher zusammenzuwachsen und Chancen zu nutzen. Und daher hat der Ausschuss der Regionen hier eine große Aufgabe, weil alle Untersuchungen zeigen, dass die Menschen sich in jener Gebietskörperschaft am wohlsten fühlen, wo sie zu Hause sind. Das sind die Gemeinden, das sind die Städte und das sind die Regionen. Und wenn die Städte und Regionen und Gemeinden Botschafter auch der europäischen Idee sind, dann glaube ich, werden die Menschen auch mittelfristig einmal das Gefühl haben, dass ganz Europa ihre Heimat ist. Der Ausschuss der Regionen ist für mich ein Brückenbauer. Hussein, der Städte und Regionen ist für mich ein Brückenbauer. Vielen Dank.